Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gern dein Like, Kommentar und auch dein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam wachsen und genau deswegen lege ich direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir doch sehen, was dein Tag für dich bereitet und es sieht sehr, sehr spannend aus. All deine Sinne erwachen, nimm sie bewusst wahr und entschleunige dein Leben. Heute geht es nämlich darum, tief zu dir zu finden, tief auf deinen Herzschlag vertrauen und somit auch impulsiv heute deinen Tag durchleben. In Entschleunigung, in Bewusstheit, in Achtsamkeit. Heute geht es nämlich darum, dass du deine Seele baumeln lässt, dass du auf dein Herz hörst, dass du beginnst, das, was in dir schlummert, auch mal herauskommen zu lassen. Für dich, in einer ruhigen Minute, dass du dir Wohlfühlmomente schaffst, die dich einfach wieder tragen, dass deine Energie aufgebaut wird. Denn es geht im Endeffekt darum, dir aufzuzeigen, wie viel Wertvolles du schon besitzt, aber jetzt nicht nur in Form von Materialistischen, sondern auch in deinem Charakter, in deinem Wesen, in deiner Magie des Seins. Da kommen heute sehr viele Stärken zum Vorschein und wollen dir auch so ein bisschen aufzeigen, was du verfeinern kannst, also wo eine Stärke von dir noch weiter ausgebaut werden möchte. Und gerade wenn du in deinem Herzensweg bist, wirst du merken, was genau das auch für dich bedeutet. Denn es bedeutet nicht nur, dass du dich selbst einlädst in einen neuen Schritt in deinem Leben, sondern dass du auch tatsächlich hier eine gewisse Mauer darum baust, um Menschen, die dir nicht gut tun, dass sie dich nicht mehr im Energiefeld angreifen können. Und das kommt heute vom Herz heraus. Also wenn du den Impuls hast, einem Menschen heute nicht begegnen zu wollen, nicht schreiben zu wollen, vielleicht auch nicht sehen zu wollen, dann ist dieser Impuls aus dem Herzen heraus Ausschutz deines Energiefeldes ein sehr magischer Moment, weil du dadurch natürlich auch gut für dich einstehst. Ja, was natürlich wiederum auch eine sehr, sehr hohe Form der Selbstliebe ist. Ja, da kommt der Engel des Lichts dazu. Es ist Zeit für eine lichtvolle Erinnerung, Einweihung und Erleuchtung. Ja, die Erinnerung, was habe ich schon? Die Erleuchtung, was bin ich? Und vor allem auch die Einweihung in dein Energiefeld. Da hast du den perfekten Spiegel zu dem, was dir schon sehr, sehr früh am Tag durchlaufen wird. Das Schöne daran ist, du wirst heute sehr, sehr weise entscheiden können, ohne groß nachzudenken. Dein Gefühl sagt dir gleich, ob etwas richtig ist oder falsch für dich, für deinen persönlichen Weg. Und man sieht hier eine Nachricht von einer Freundin, die dein Herz höher schlagen lässt. Aber nicht so verliebt höher schlagen, sondern in der Wertschätzung. So eine wertschätzende Nachricht hast du schon lange nicht mehr gehört, hast du dir aber immer gewünscht. Also heute ist auch deine Affirmation und Manifestationsfähigkeit so groß, dass du Sprünge im universellen Gedanken machst und daher auch sehr, sehr gut manifestierst, was für dich jetzt wichtig ist. Der Engel des Lichts gibt dir natürlich auch so einen kleinen Wegweiser. Er zeigt dir natürlich, dass immer ein Weg da sein kann, selbst in der größten Dunkelheit. Also wenn du heute auch so ein bisschen dein Leben entschleunigst und an so ein paar Ecken und Kanten ankommst, die dich noch verletzen, wo du einfach merkst, okay, da bist du sehr blockiert, da trauchst du dich auch nicht weiter, wirst du einen Impuls bekommen, wie du auch solche Themen lösen kannst. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Erfolg, weil es in die strahlende Herzkraft geht und dir nicht nur ad hoc eine Antwort gibt, sondern die Antwort kommen lässt. Also diese Antwort wird in dir erblühen, weil der Weg für dich ja trotzdem ein neuer ist. Spüre die Kraft des Blutes und der Ahnen. Du bist nicht allein, das ist ein sehr, sehr wichtiger Impuls für dich, denn das ist etwas, was dich im Alltag häufiger mal besucht, dieses Gefühl, allein zu sein, manchmal sogar der Wunsch, allein zu sein, weil du nicht zur Ruhe kommst, aber in der Alleinsein-Phase dann auch wieder einsam wirst, weil du merkst, du brauchst trotzdem Menschen um dich herum. Also da gehört noch so ein bisschen das Feingefühl für, wie viel Raum brauche ich für mich, wie viel Mensch um mich herum kann ich vertragen. Und da wirst du dann auch sehr, sehr schön ins Gespür heute kommen und dir natürlich somit ein ganz, ganz wichtiges Thema aneignen, nämlich Aufstellungsarbeit wird heute interessant für dich und auch Ahnenaufarbeitung, weil die Ahnen sind an deiner Seite. Leute, sie geben dir auch Kraft, aber sie geben dir auch die Last ihrer Lernaufgaben, die sie noch nicht bewältigt haben, weil die seelischen Prozesse laufen weiter. Die Kraft, die du hast und diesen Tatendrang, dass du immer ungeduldig alles gleich ans Ziel bringen möchtest, das wird heute auch mal zurückstecken müssen. Denn dein Ziel kannst du nur erreichen, wenn du alles detailliert anschaust und das wird dir heute auch sehr, sehr klar aufgezeigt, dass wenn du zu schnell bist, dass man dich wirklich wieder auf den Boden der Tatsachen holt und dir eine Schranke weist, also das Universum weist dich dann in die Schranken und sagt, nein, geh deinen Weg mit kleinen, detaillierten Schritten, dass du deinen Erfolg auch generieren kannst für dich und für deinen Seelenheil. Sehr, sehr schön. Engel des erholsamen Schlafes, lasse den Tag hinter dir, ich wiege dich in den Schlaf. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, weil hier nimmt die Regeneration für deinen Körper, für deine Vitalität, hier nimmt sie jetzt Fahrt auf. Dann, du bist wahrscheinlich in den letzten Tagen und Wochen immer wieder mit zu vielen Gedanken im Kopf, ja, ins Bett gegangen, vielleicht noch hier ein bisschen Handy geschaut oder Fernsehen, ja, alles das gemacht, das dein Kopf nicht abschalten kann. Zumindest hast du dich auch mit Gedanken befasst, um nicht wirklich schlafen zu können oder wirklich ein paar Schlafprobleme schon mittlerweile zu haben. Der Engel des erholsamen Schlafes gibt dir aber die Kraft, heute darauf zu vertrauen, dass du schlafen können wirst. Und das wiederum fördert deine Regeneration, das wiederum fördert deine Vitalität und gibt dir dann auch wieder die Kraft, morgen, morgen ist ein wichtiger Tag, um Grenzen im Sexualverhalten zu setzen, da morgen weiter zu agieren. Ja, tanke Kraft in der Natur und gönne dem Jäger, der Jägerin in dir eine Pause. Hier nochmal ein ganz klares Aufzeigen, nicht zu schnell nach vorne rennen, nicht zu schnell das Ziel erreichen wollen, weil der Weg und diese Herausforderung, diesen Weg zu beschreiten, manchmal auch sehr viele Glücksgefühle und Glücksmomente schaffen kann. Und vor allem jetzt in der Natur, du heute die Art von Kraft findest, die a. dein Leben entschleunigt und somit deine Sinne erwachen lässt, b. dir aber auch aufzeigt, was für ein Sinneswandel du haben kannst, wenn du wirklich mal auf deine innere Stimme vertraust. Und das ist natürlich jetzt etwas sehr, sehr Wichtiges für dich, weil dadurch eine Einladung entsteht, die du persönlich heute noch aussprechen wirst. Was das für eine Einladung sein wird, sage ich dir nicht, sonst bist du zuvoreingenommen und machst dir da wieder zu viele Gedanken drum. Aber freu dich, es wird was Schönes. Und da haben wir den Engel des Glaubens. Gute Dinge werden kommen, bewahre dir deinen Glauben daran. Ja, der Tag entschleunigt sehr viel emotionale Arbeit heute wieder mal, aber eben auch wichtige Botschaften, die Nachricht deiner Freundin, wie auch die Einladung, die du aussendest, die heute sehr viel Licht auch in dein Leben bringt. Der erholsame Schlaf, der am Ende des Tages auf dich wartet, ist natürlich jetzt ein guter Weg. Ja, mit ein paar Stolpersteinen, weil man dich auch klar in die Schranken weist, wenn du zu schnell an dein Ziel kommen möchtest. Aber du gehst jetzt voran. Und daran darfst du jetzt auch glauben, weil dein Glauben Berge versetzen kann. Und ich würde mich freuen, wenn du deinen Like, Kommentar und Abo dalässt. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, schau in den Info-Box unter diesem Video. Wir sehen uns morgen wieder. Wir sehen uns morgen wieder.